So, Boot essen. Wohoho! Oh, lol! Wohoho! Was? Wer warst destroyed by my... Oh, oh, oh! Läuft! Geile Runde. Was ist denn das für eine Kung-Fu-Hahn? Wie hab ich jetzt so... Lol! Wie hab ich jetzt so rückschossen gemacht? Lol! Beste Runde, Alter! Geil! Jo, Leute und herzlich willkommen zu Smash-Vorstellung. Heute präsentiere ich euch das Spiel Smash. Wollen wir Smash sagen hier? Aber so nennt es sich doch nicht. Das Ziel ist es, jeden, der drei Leben hat, hier aus der Welt zu schubsen und damit ein Leben abzuziehen. Dann folgt natürlich logisch, wenn man einmal runtergefallen ist, hat man ein Leben weniger und wenn man alle drei Leben verloren hat, ist man aus dem Spiel draußen. Woho! Man kann Doppelsprünge machen und muss mit verschiedenen... Man kann dann noch mit verschiedenen... Alter, man kann dann noch mit verschiedenen Items, wie zum Beispiel so ein Brot, sein Leben aufheilen oder so ein Steak hier oder hier so ein Steinschwert nehmen und dann kann man mit verschiedenen Power-Ups vielleicht hat man mehr Chancen, die anderen runterzuschubsen. Ne? So. Und ja, das ist der letzte, der halt hier dann noch der letzte, der hier noch lebt, hat halt gewonnen. So. Wir müssen halt versuchen jetzt... Oh, ich kriege die beide, Junge. Weg damit, weg mit dir, weg mit dir. Das einzig Dumme ist, man muss halt, ähm... Wie heißt das? Das... Man muss... Oh, ich habe einen Down gemacht. Lol. Cool. Den Steinerack hier, den hole ich dann noch direkt nochmal. So. Ähm... Es gibt eine dumme Sache, glaube ich. Warte mal, wie wollte ich gerade sagen? Was war das hier? Das ist keine Ahnung. Aber ich möchte... Ich muss eh noch ein kleines Thema ansprechen heute und zwar, wie es wieder auch lange, kein Video mehr hochgeladen. Das liegt daran, dass ich am 50-Abo-Special schneiden bin und auch in letzter Zeit nicht viel Zeit habe. Ähm... Das heißt, ihr werdet dann jetzt... Weil das 50-Abo-Special wirklich an viel, viel Arbeit nimmt. Oh, einer... Wuh! Nein! Oh! Ja, bei... Oh, lol, Alter. Geil. Ich bin der Letzte mit drei Leben. So. Ähm... Und bam, nochmal. Jappa! Geil! Wer würde denken, ich bin wahrscheinlich noch ein Hacker hier. So. Steinreck-Kit. Ja, läuft, Junge. Wo ist Daniel-Bus? Ach, der ist gar nicht runtergefallen. Schade. So. Jetzt aber. So. Schön. So. Okay. Ähm, müssen wir ihn noch einmal runterschmeißen. Ich wollte auch eine Sache zum Spiel sagen. Und zwar... Ähm... Ja. Haben wir hier an der... Ähm, sieht man an der Level-Leiste so... Solche... Solche Zahlen. Ach, fuck. Jetzt hat er den Monster-Spawn. Oh, lol. Es leckt. Es leckt. Weg, weg, weg. Ähm... Ein Schaf. Joa. Ähm... Und zwar hat... Hat sieht man in dieser Level-Anzeige... Seine... Ähm... Wie viel Leben man hat. Aber das... Wie viel Schaden, sagen wir mal. Das kann man mit Essen heilen. Ähm... Ähm... Ja, es macht eigentlich nicht direkt down. Wenn man halt mal wenig Leben hat. Äh, zum Beispiel tausend Schaden hat. Ist das nicht schlimm? Wir haben gewonnen. GG. Ähm... Wenn man... Also... Leute... Sorry. Also wenn man halt mal... Also was ist mit dem los heute? Wenn man einfach zum Beispiel tausend Leben wenig... Ähm... Tausend Leben Schaden hat. Äh... Ich mach auf jeden Fall noch eine zweite Runde. Wenn man tausend Schaden hat, stirbt man nicht. Aber man kann nicht durch den Schaden sterben. Ai, ai, ai. Was ist denn los mit mir? Ich komm halt wirklich grad noch vom Schneiden und alles. Ich bin so ein bisschen wirrwarr. Weil es ist halt wirklich viel, viel Arbeit das Ganze. Besonders auch mit der Kamera. Ähm... Eine gute Qualität zu bekommen. Weil ich jetzt ein ganzes Video von meinem Zimmer mach. Und ja... Ich denk da schon an eine Sache. Ich zeig euch auch wirklich meine Lieblingsmusik. Hab ich auch schon reingetan. Und ähm... Ich würd mal sagen, dieses Mal reines Smash. Ohne irgendwas zu labern im Hintergrund. Die Runde lief schön. Jetzt kann ich euch auch ein bisschen was über die Items erzählen. Wenn ich mal ein schönes Item bekomme. Erstmal den... Sch... Schwätze hier down machen. Oder hier den Waschbär. Waschbär. Ah... Ohohohoi, lol. Ja... Nein, nein... Oh, verdammt, war das Knab, Junge. Und bam, der mit dem Schwert ist auch weg. Ja, bam. Was ist das? Eis? Wenn man damit jemanden trifft, hat er übelst Verlangsamung. Was natürlich nicht gut ist. So. Ähm... Hier haben wir noch was. Eine goldene... Das Smasher, das ist richtig geil, Leute. Passt auf. Und... Bam. Äh, was macht das? Bam. Wow, was? Lol. Geil. Was war das? Ich... Wow, geil. Warte mal, jetzt... Oh, er hat ein Schwert. Ah, der Server leckt. Ohohoho. Nein. Scheiße. Ein Giant. Der spawnt, wenn man, ähm... So ein Spawn-Mob... Äh... Spawn-Mob-Ei bekommt. Äh, dann kommen daraus Blazes, Giants, Creeper. Junge, die fiel hier einfach sterben, ne? Nur noch Schütze. Der hat drei Leben. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich gehe auf den. So, könntest du was fressen? Schütze, da. Der muss down. Der hat TNT. Das ist nicht gut. Hier, Schütze. Ohohohohoho. Nein! Uh! Fuck, war das knapp. Äh, boah. Fireflower. Lol. Damit kann ich Feuer schießen, Leute. Passt auf. Ja, erst mal hochkommen. So. Und bam, Daniel Bus ist der, der Feuer fängt. Iiii. Wo ist er denn? Da. So schön, wie der runterfällt, Alter. Okay, ähm... Schütze ist gut. Den muss... Oh, der hat einen Eisenschwer... Oh mein Gott. Wow. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, mein Feuerblumen ist... Ah, wo ist... Schade. Schütze. Wow. What the fuck? Ja, jetzt aber. Jetzt Schütze. Schütze, Schütze ist down. Den hier. Wir müssen den mal... Wow, verdammt war das knapp. Dieser Glückspilz. Ich habe eine Granate. Uh, 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 weg damit. Ihr wisst, was eine Granate ist, Leute. Es gibt verschiedene Arten. Das war, glaube ich, die ganz normale. Waschbär jetzt mal schnell runter damit. So, runter damit, Alter. So. Wurzessen. Wohoho. Oh, lol. Woho. Waschbärwurst destroyed by my... Oh, oh, oh. Läuft. Geile Runde. Was ist denn das für eine Kung-Fu-Hand? Wie habe ich jetzt so... Lol. Wie habe ich jetzt so Rückstoßen gemacht? Lol. Beste Runde, Alter. Geil. Aber Schütze ist immer noch... Oh, oh. Jetzt reines Battle. Schütze gegen... Ich. Hoffentlich kriege ich das hin, weil Schütze scheint nicht schlecht zu sein. So, geil. Jetzt Holzschwert. Genau, so. Schütze, du bist dran. So, nein, 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 nein. Na, fuck, er hat das auch ein Schwert. Egal, nicht stimmt. Ah, den habe ich schön gehitet. Einzig ist halt... Genau, ich spiele auf eu.jotbo.net. Ihr seht, einzig ist halt, dass der Server ziemlich oft laggt. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Smash macht einfach Bock. Ich... Uuuuuh. What the fuck, Alter. Teleporte den Motor. Nein, ich habe ihn. Yes. Mit dem Teleporter kann man fast runterfällt, sich nochmal nach oben teleporten. Sprich, das ist eine zweite Chance. Ja. Er hat es geschafft. Nur, er ist nicht runtergefallen. Junge, hat der Glück. Hat der ein verdammtes... Jetzt. Ja. Nein, Granate, Granate. Oh mein Gott. Und bam, nochmal. Direkt nochmal. Uuuuuhu. Ich frage mich, wie Leute... Ich habe es noch nie herausgefunden, wie Leute manchmal so einen Rück... Wie Leute manchmal so einen Rückstoß machen, dass die direkt die ganze Welt abbauen. Alter, geile Runde, ey. Uuuuuh. Lol. Das waren zwei schöne Runden, Leute. Ich werde schauen, dass ich auf jeden Fall dann wieder Videos mache, ne? Für euch, jetzt gibt es wieder täglich Videos. Ich habe nämlich jetzt 50 Abos Special fast fertig. Es wird wahrscheinlich morgen Abend kommen. Und ich glaube, ich vergnüge mich hier jetzt noch ein bisschen mit Smash. Und würde mal sagen, lasst die Aufnahme und sagt Tschüss, Leute. Ein Like würde mir wirklich gefallen. Abo natürlich auch. Und ich habe vor kurzem auch mein neues Outro, ein erstes Outro hochgeladen. Das schneide ich jetzt in dieses Video mit rein. Also viel Spaß in dem Outro. Tschüss. Tschüss.